So und mit dieser leicht epischen Musik im Hintergrund heisse ich euch herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Destiny 2 und zwar zum zweiten DLC. Das erste DLC haben wir auch schon Let's Played und das Hauptspiel natürlich in der Beschreibung ist da alles verlinkt. Die Musik hat gerade aufgehört, sehr angenehm. Nun wir haben jetzt den Mars, den wir erkunden können und ohne groß rumzulabern würde ich sagen, los geht's. Leben ist eine delikate Sache, Hüther. Hoffnung, Glaube, Liebe. Im nächsten Augenblick sind sie weg. Alles, was du zu beschützen geschworen hast, ist fort. Übrig sind nur Stille und Schatten und das Wissen, dass du hättest mehr tun sollen. Dann hätten wir Ghaul besiegen können, wenn der Reisende nicht erwacht wäre. Und was ist mit der nächsten Gefahr? Oder der danach? Was dann? Der Reisende ist erwacht und ein legendäres Zeitalter angebrochen. Im Schatten des Lichts ist unser Universum ein wunderbar schrecklicher Ort. Wo ich einst Wunder sah, sehe ich nun Monster. Einer muss. Wir müssen. Das macht einen Hüther aus. Hüther sollen nicht ihre Vergangenheit erforschen. Das ist die Regel. Ich hab's nicht so mit Regeln. Nicht, wenn so viel auf dem Spiel steht. Dank der Clovis-Bray-Technologie in dem Gebäude konnten wir im goldenen Zeitalter das System kolonisieren. Wir, sie, wollten Frieden für die gesamte Menschheit. Welch Ironie. Denn sie bauten auch Rasputin. Die absolut mächtigste Waffe im Solarsystem. Jedenfalls ist das alles seit dem Untergang auf Mars begraben. Mit etwas, das noch viel schrecklicher ist. Jedenfalls ist das alles seit dem Untergang auf Mars. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Okay Wir haben die Mars-Oberfläche erreicht, Hüter. Was ist dein Status? Bist du in Sicherheit? Im Moment schon. Aber zwischen uns und der Clovis-Bray-Einrichtung liegt eine ganze Menge nicht so sicher. Und wir müssen da rein. Was gibt es denn so Wichtiges da? Kriegssatelliten wie der, der dich bei deiner Ankunft fast erwischt hat. Seitdem ich hier bin, regnen sie vom Himmel, was normalerweise nur eins bedeutet. Das sind wohl die, ne? Rasputin? Die beste Waffe aus dem goldenen Zeitalter, von der du gesprochen hast? Aber das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, wenn es um Rasputin geht. Komm zur Einrichtung. So Dann gehen wir da mal hin. Eisschar Na gut Tiefgefrorene Schar, wir kennen sie nicht, wenn man sie zu lange in der Tiefkühltruhe liegen lässt. Also Oho 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 Sind die empfindlich? Ne Nicht mehr als sonst Oho 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 Stirbt Ihr Elenden What? Kann ich schon sagen Noch mehr Ja komm Oho Okay Es wird Zeit Was macht der denn? What the? Ich spreche es jetzt nicht aus, ne? Ich habe noch nie Schar wie diese gesehen. Soweit ich weiß existieren sie nur hier. Nein Die sind nicht anders als sonst. Die liegen halt einfach im Schnee. Oh shit Das ist aber etwas spezieller. Ja Es ist aber schon ziemlich schön in dieser Höhle. Ich weiß nicht. Bis auf dass das Schar hier ist und töten will. Ist es schon... Ups Hat schon was. Ei, 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 ei. Ich versträmen. Brenn Na noch mehr? Ach komm jetzt reicht es. Ja Ja Okay, die Höhlen sind super schön, aber es hat überall Ecken, wo die rauskrabbeln hier, Mann. Mein Gott. Na dann. Die harte Tour. So, die hatten hier hinten, glaube ich, tatsächlich noch. Ja, glaube ich, genau, Munition. So ein Raketenwerfer ist halt schon Gold wert, ne? Muss man einfach sagen. Ich muss nochmal suchen. Oh. Es gibt keinen Grund dafür, dass der Satellit aus dem Orbit gefallen ist. Etwas muss ihn runtergezogen haben. Irgendwie ist das Ding hier durchgekraxt und hat hier ein Loch gerissen oder war das Loch vorher schon und es ist ins Loch reingefallen? Ich glaube, es ist an der Zeit, die Vorhut zur Hilfe zu rufen. Nicht unbedingt die beste Idee. Zavala wird nicht glücklich darüber sein, dass wir bei Bray herum schnüffeln. Er will, dass die Vergangenheit vergangen bleibt. Aber wir müssen da rein, um herauszufinden, was mit Rasputin los ist. Hm. Was war das? Das war gross. Und böse. Und das hat mit der Schar zu tun. Ist doch klar. Boah. Wann sind wir mit dem Nahkampf los, Mensch? Die sind auch neu. Das sind so Scharfschützen. Schar. Ne? So. Schnapper. Scharna-Reiper. Okay. Schlechte Witze gemacht. Check. Böse Finder. Check. Check. Ja, das sind so Anhänger heißen die. Okay. Komm, ja, der Hasse. Zeig, was du kannst. Scheiße. Ja, ich meinte, schade. Wieder. Was ist mit dem Nahkampf los, Mensch? Ich stehe vor ihm und schlage die Luft. Stirb, Luft. Stirb. Wow. Gut getroffen. Oh no. Na dann. Ab geht's. Oh, die verschwinden gerade. Nett. Hüter, bist du noch da? Alles klar. Wohin als nächstes? Eine Forschungseinrichtung aus dem goldenen Zeitalter ist in einem Gletscher vergraben. Wohin denkst du? Triff mich am Eingang von Clovis Bray. Alles klar. Also den Mars kennen wir ja noch aus Destiny 1, ne? Der hat sich nicht verändert. grapes. Hey, ihr habt's geschafft? Scheint dich ja zu überraschen. Tja, waren ja auch echt viele. Aber ihr wart super. Kommt, lasst uns sehen, was sich da drin befindet. Außer Horden gefrorener Schar versteht sich. Ihr zwei räumt den Weg frei, während ich versuche, einen Eingang zu Clovis Bray zu finden. Jawohl, Ma'am. Wir sind vorher schon Kriegsgeistern begegnet. Aber Ikora sagte, dass Rasputin auf der Erde feststeckt. Rasputin ist fähig, in mehreren Systemen gleichzeitig zu operieren. Also jedes Mal, wenn die Vorhut versucht hat, mit ihm im Kosmodrom zu sprechen, schlugen sie sich mit Fragmenten herum, die Rasputin nach dem Untergang hinterlassen hatte. Aber sein Hauptkern war immer hier. Alles klar. Ja, Rasputin auf der Erde, den kennen wir noch. Der wollte uns da töten. Und dann braucht er unsere Hilfe. Dann haben wir ihm geholfen. Das ist aber schon ein bisschen komisch. Muss ich gestehen. Okay, die Kabale sind auch hier. Wer hätte es gedacht? Ich muss in den Kern aber. Ich glaube, ich habe es zumindest jetzt verstanden. Das scheint mir da drin zu sein, ne? Den Rest lassen wir hier stehen, links. Komm hier, brennt, Jungs, brennt. Ihr spielt mit Feuer, dann müsst ihr auch damit umgehen können. Huff. Nein. Mein Schlag, was ist los mit meinem Schlag, ey? Was machst du denn da? Tja, protzige Kleidung. Anfällig. Für Schaden. Tja, protzige Kleidung. Auch eine Möglichkeit, voranzukommen. Die Granaten nutzen. Ich bin hier. Ich bin wirklich hier. Ich kann es gar nicht glauben. Clovis Bray. Ich bin... Zu Hause. Der Hauptzugang ist verschlüsselt. Gut, dass ich ein paar Asse im Ärmel habe. Scheint ein Ding in unserer Familie zu sein. Bray-Familie? ...identifiziert, Dr. Anastasia Bray. Willkommen bei der Clovis Bray Forschungseinrichtung. Warte mal. Der rückende Wiege der Erfindungen auf dem Mars. Warte mal. Du bist Teil eines wichtigen Zeitpunkts der Geschichte. Gemeinsam werden wir mehr als nur nach den Sternen greifen. Vergiss nicht, du bist Clovis Bray. Und Bingo. Warte mal, da steht Exo-Science. Also Exo-Forschung. Und vorhin haben wir gesehen, dass sie ein bisschen aussah wie ein Exo, ne? Ist es möglich, dass die Bray-Familie gar nicht so viele Geschwister hat? Und Anna, also sie, Anna Bray, ein Exo ist? Also erschaffen wurde? Exo-Science. Ich meine, dass... Die Exos. Obwohl, könnte auch Exo-Technologie sein von Exo-Waffen und so, ne? Lust auf eine Erkundungstour? Gut machen. Muss man mit dem jeweiligen... Wie soll ich es formulieren? Schadenstyp draufschlagen. Das weiss ich. Dann geht die kaputt. Also, dann, ähm... Irgendwie durch. Was muss ich eigentlich machen hier? Banner einen Weg zu Clovis Bray. Anna sichert den Zugang. Ich weiss nicht viel über meine Familie, aber soviel steht fest. Hä? Du bist, du bist so zwischen... So um die 30 siehst du aus. Na gut, gute Harten für 30, aber... Und die weiss nicht, wie ihre Familie ist. Die muss ein Exo sein. Ich glaub, die sind Exo. So wie wir. Wir sind ja auch Exo. Ich empfange verstärkt Schar-Aktivität. Der Kern ist von ihnen umschwärmt. Okay. Ich versuche auf die Sicherheitssysteme zuzugreifen. Okay. Überall diese Schar. Also dafür, dass Rasputin hier seinen Hauptkern hat, verteidigt er den ziemlich scheisse. Ja, ja. Ich komme gleich zu, die Hexe. Nur, keine... Da haben wir es in zwei. Nein! Dampfen wir mal. Ja. Ich bin in Runde gefahren und habe nicht nachgeladen. Okay, weiter geht's. Was geht mit dem Sicherheitssystem? Ich arbeite daran. Augenblick. Ich sag's doch. Es ist echt schlecht verteidigt hier, Mann. Da muss ich hier aufräumen. Diesen fragilen... Diesen fragilen Eisschar. Eis am Stiel. Schar am Stiel. Däger. Däger. Hier. Es klärt so schön, wenn die kaputt gehen. Wie wenn man Glas, das man nicht mag, auf den Boden wirft. Wir haben ein Riesenproblem. Mach schon, Rasputin. Tu doch was. Ich sag's doch, es klärt so schön. Oh, den kann ich auch aufladen. Okay, bis man aufgeladen. Okay. Und... Hui! Upsi. Scheiße. Ja, alle müssen weg. Frei von Eis. Speise Eis. Wow. Die sind aber groß. Ektal geboren. Und der andere. Dultar geboren, glaub ich. Stand da, wenn ich mich nicht täusche. Äh, nein. Die Tür ist offen. Hast du? Das war nicht ich. Vielleicht lädt er uns ein. Vielleicht bekommen wir jetzt... Hallo, Hüter. Oh, Mist. Was bitte denkst du, machst du da? Hast du irgendeine Ahnung, wie gefährlich das Ding ist? Was wolltest du mit Rasputin anstellen? Rasputin ist Vorhutangelegenheit, Anastasia. Nicht deine. Du hast hier nichts verloren. Entschuldigung? Du gehörtest in die Stadt. Doch statt an der Seite deiner Brüder und Schwestern zu stehen, als Gorr kam, warst du hier und hast getan, was du immer tust. Und was du nie tun solltest. Ich habe getan, was ich für richtig hielt. Ich kam hierher, um die Menschheit zu schützen. Ist das nicht die Aufgabe eines Hüters? Es ist ein Krieg an vielen Fronten. Und man kann ihn nicht nur auf eine Art führen, Zavala. Hör zu. Du willst die gesamte Welt beschützen. Aber das ist unmöglich. Es muss einen besseren Weg geben. Und du denkst, Rasputin ist die Antwort? Er schweigt sich aus. Eine kaputte Waffe. Zu gefährlich, um unbeaufsichtig zu sein und unberechenbar im Einsatz. Vielleicht stimmt das. Oder er hat einfach nichts zu sagen. Oder, ja, vielleicht haben wir uns nie die Mühe gemacht, ihn zu fragen, was er will. Ich habe keine Zeit, das alles nochmal durchzugehen. Es stand dir nicht zu. Es steht mir zu. Du verstehst die Verbindung nicht, die ich mit Rasputin teile. Hier, ich zeig's dir. Okay. Wir sollten echt herausfinden, wovon das ausgelöst wird. Kann ich euch sagen. Rasputin war nicht das Einzige, das auf dem Mars erwacht ist. Ich ru mag die Eid. Es hat mich noch nicht. Pas naz触leerca pounds. Und dannhören? Untertitelung des ZDF, 2020